Seit fünf Wochen bereitet Trainer Thomas Wöhrle die Frontmannschaft des FC Bayern auf die kommende Saison vor. Seit dieser Woche neu dabei im Training die Neuzugänge Valeria Kleiner vom FFC Frankfurt und Katja Schroffenegger aus Jena. Erstmal bin ich total happy hier sein zu können, dass ich meine Chance hier bekomme. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, gleich vom ersten Tag an. Erstens ist es sehr heimatnah von mir, ich komme vom Bodensee und zweitens ist Bayern München einfach eine Top-Adresse, die für mich auch schon immer interessant war. Ich habe eine lange Verletzungszeit hinter mir, deswegen versuche ich wieder zur Mannschaft jetzt dazuzustoßen, wieder an meine alte Leistung heranzuknopfen und wieder Spaß am Fußball zu haben. Ja, also ich bin gut aufgenommen worden, die Mädels sind lieb. Klar ist die Anfangsphase immer, es sind viele neue Sachen hier, neue Mädels, viele Leute, die ich jetzt kennenlerne, deswegen werde ich sicher mal eine kurze Zeit brauchen, bis ich dann angekommen bin. Ich werde mich voll reinhauen, ich weiß, dass ich zwei super Torwart-Kolleginnen habe. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.